Wir bestehen seit gut drei Monaten. Am 14. Mai hatten wir unser dreimonatiges. Am 15. Mai hatten wir unseren ersten Auftritt beim russischen Volksfest in Nengede. Heute ist es unser zweiter Auftritt und wir sind sehr froh, hier dabei sein zu dürfen. Ich danke nochmal den Organisatoren für diese kurzfristige, aber spontane und schöne Einladung und wünsche Ihnen weiterhin einen wundervollen Abend. Vielen Dank! 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 Vielen Dank!